Willow Dean, das Mädchen und der Wald der verschwundenen Tiere, von Catherine Applegate, aus dem amerikanischen Englisch von Uli und Herbert Günther, gelesen von Natalia Belitzki und Felix von Mantäufel, eine Produktion von Sauerländer Audio. Erster Teil Auf einem alten Karussell in Perchance taucht eines Nachmittags ein kleines Lebewesen auf. Benommen und feucht wie ein Neugeborenes, sitzt es auf dem Sattel eines hölzernen Einhorns. Es blinzelt. Einmal, zweimal. Es gibt einen Laut von sich, ein Geräusch zwischen Piepsen und Knurren. Sein Atem kommt und geht in winzigen Japsern und Seufzern. Seine pelzigen Pfoten bewegen sich, wenn es will, dass sie sich bewegen. Sein Kopf dreht sich hierhin und dorthin. Es scheint in guter Verfassung zu sein. Aber wo ist es? Und wichtiger noch, warum ist es da? Es patscht auf den Nacken seines leblosen Pferdes. Vielleicht sollte es einfach hier warten. Ja, das wäre wohl das Beste unter diesen Umständen. Noch kennt sich das kleine Geschöpf selbst nicht gut. Aber es scheint zu einer geduldigen Art zu gehören. Sein Gefühl sagt ihm, dass ihm Geduld nützlich wäre, ihm vielleicht sogar das Leben retten könnte. Das kleine Wesen hat einen Schöpfer, einen Jungen mit geschickten Fingern und mitfühlendem Herzen. Stunden hat er damit zugebracht, bei fahlem Mondlicht Kräuter und Distelwolle zu verflechten und dem Geschöpf zu seiner Existenz zu verhelfen. Das kleine Wesen hat auch eine Freundin, ein Mädchen mit scharfen Augen und unerschütterlicher Seele. Und obwohl das Mädchen noch jung ist, versteht es Dinge, die andere nicht verstehen. Das Geschöpf auf seinem hölzernen Pferd weiß nichts von all dem. Noch nicht. Was ihm aber plötzlich und mit großer Gewissheit bewusst wird, ist der Umstand, dass es sehr lebendig ist und sehr allein. Vor langer Zeit, als Steine noch weich und Sterne nur Staub waren, da liebte ich ein Monster. Es scheint ewig her zu sein, und vielleicht war es das auch, aber eigentlich hat sich alles gar nicht so sehr verändert. Magisches kam damals häufig vor, das stimmt, aber es ist immer noch da, wenn man nur richtig zu schauen versteht. Immer noch lächelt der Mond von Zeit zu Zeit und immer noch dreht sich die Erde wie eine Tänzerin durchs Universum. Ich glaube, dass ich merkwürdige Tiere schon immer gern mochte. Sie haben mich schon als kleines Kind fasziniert. Je schauriger, stinkender und hässlicher, desto besser. Ich war allen Kreaturen auf der Erde freundlich gesinnt. Vögeln, Fledermäusen, Kröten und Katzen, schleimigen und schuppigen Tieren, prächtigen und unscheinbaren. Ganz besonders aber liebte ich solche, die nicht als lebenswert galten. Solche, die die Leute eine Pest nannten. Schmarotzer. Monster sogar. Meine Lieblingstiere waren die Kreischer. Sie schrien nachts wie verrückte Hähne, ohne dass jemals der Grund dafür gefunden wurde. Sie waren unleidlich wie müde Kleinkinder. Sie sahen schmuddelig aus wie manche Schweine. Und, freundlicher lässt sich das nun mal nicht ausdrücken, sie stanken zum Himmel. Ärgert man einen Kreischer, schlägt er mit seinem großen Schwanz um sich und entfacht damit ein Gestank, so übel wie ein Plumpsklo im August. Und verärgert waren Kreischer so gut wie immer. Das kommt eben davon, wenn Menschen dauernd mit Pfeilen auf einen zählen. Kreischer hatten nadelspitze Zähne und sehr starke Krallen. Ein wilder Blick lag in ihren grün-gelben Augen, sie hatten zwei gebogene Stoßzähne und sie sabberten mehr als ein Hund beim Fressen. Sindsatzsatzkopf oder so biste auf den kampf mit Gremitze Zähne? Vielen Dank.